Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen zu wünschen! Eine Melange und zwei Käfer, bitte. Butter und Marmelade? Ja. Hast du den Oberkaufs bezahlt? Mhm. Zwei Gronen. Was sagst du? Es war ihm nicht genug. Die Lauts. Der wird uns noch einmal erpressen. Erpressen? Ein Beamter, der uns zuträgt? Aber lästig ist er. Schwierigkeiten macht er. Schwierigkeiten? Wir machen ihm Schwierigkeiten. Und dem dort auch. Pass auf. Zweifeliger. Frau Anjuli, ein Papier! Ja? Bettina, seht ihr hier? Bitte? So. Geehrter Herr Eichmeister! Obwohl eines der Opfer Ihrer Strenge, um dem zu folgen in einem Prozess, verwickelt und das wegen eines einzigen Zehn-Kilo-Gewichtes, erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Frau sie auf hinterhältige Weise hintergeht und schändlich. und zwar mit Ihrem Herrn Schreiber, Herrn Josef Nowak, mit dem Ausdruck vollkommenste Wertschätzung einer, der es gut meint.